Moderatorin Rebecca Mier, 29, feiert eine große Let's Dance-Reunion. Für das schöne Model hat die Tanzshow eine ganz besondere Bedeutung. 2012 wurde sie nach der Turnerin Magdalene Breska, 43, zwar nur zweite bei Let's Dance, dafür gewann sie aber so viel mehr. Mit ihrem damaligen Tanzpartner Massimo Sinato, 40, ist sie heute glücklich verheiratet, und dieses Jahr wurde die Ex-GNTM-Zweitplatzierte sogar Mutter. Bei einer Feier kam das Tanzende Traumpaar nun mit vielen aus Let's Dance bekannten Gesichtern zusammen. On Tour mit Baby und Schwester. Im Video oben seht ihr einen süßen Schnappschuss von Rebecca Mier. Evelyn Burdecki, Party wie ein Rockstar. Anlässlich des fünfjährigen Geburtstages einer Schmucklinie wurde am Raunheimer Waldsee gehörig gefeiert und getanzt. Kein Wunder, wenn man so viele begabte Tänzer unter den Gästen hat. Neben Rebecca Mier und Massimo Sinato waren auch die Profi-Tänzer Renata, 34, und Valetin Lusin, 34, mit am Start. Reality-TV-Star Evelyn Burdecki, 32, zeigte bei dieser Tanzprofi-Reunion, dass sie auch noch Rhythmus im Blut hat. 2019 schied die Dschungelkönigin kurz vor dem Halbfinale bei Let's Dance aus. Rebecca Mier veröffentlichte auf Instagram ein fröhliches Video der Tanzgruppe. Darauf gehen die fünf zum Remix des berühmten Ketchup-Songs ordentlich ab. Evelyn Burdecki kommentiert das Video, dass sie auch noch Rhythmus im Blut hat. Das Video mit lachenden Smileys und der treffenden Zeile Party wie ein Rockstar. Empfohlener redaktioneller Inhalt. An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram. Aufgrund Ihrer Tracking-Einstellung ist die technische Darstellung nicht möglich. Mit dem Klick auf Einstellungen öffnen, können Sie Ihre die Inhalte akzeptieren. Evelyn Burdecki schwingt mit ihrem Papa das Tanzbein. Evelyn Burdecki liebt ihre Familie über alles. Sie gibt ohne Probleme zu, dass sie auch mit 32 Jahren gerne mal eine Nacht im Hotel Mama verbringt. Ihr liebster Tanzpartner scheint auch ihr Papa Clemens zu sein. Zum Vatertag postete sie auf Instagram einen süßen Vater-Tochter-Tanz. Damit können die beiden vielleicht nicht bei Let's Dance gewinnen. Dafür tanzen sie sich aber in die Herzen der Fans. Im Video unten seht ihr, wie Evelyn Burdecki fröhlich mit ihrem Vater das Tanzbein schwingt.